Oh, noch ein weiter. Äh, nein. Ach, verdammt. So. Ja, das geht nachher nicht mehr auf. Ah, da war einer zu viel, Mann. Ach, scheiße. Ja, Himmelherrschafts. Himmelherrschaft noch mal. So, eine App. Ist ja wohl unglaublich. So, fließt er jetzt bis... Nein, fließt er nicht. Fließt er jetzt bis Ende. Nein, jetzt fließt er bis zum... Äh, bis da. Wenn ich nicht mehr da jetzt noch einen gebe, ein weiter und wenn ich jetzt noch einen gebe, dann... Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder was? Oder what, what, what? Warum? Ey, ich sitze hier gerade und schüttel echt mit dem Kopf. Das ist doch der gleiche Mist wie hier überall. Oder nicht? Äh... So. Und so. Naja, oder so. Na gut. Ähm, hab ich jetzt noch Halbstufen? Nein? Ja, doch. Eine hab ich noch. Eine hab ich noch. Eine hab ich noch. Eine hab ich noch. So, äh, die kommt dann hier so versenkt rein. Flirp. So, jetzt bauen wir uns noch mal ein paar Halbstufen. Aber nicht sofort. Wir werden nämlich erstmal in den Keller gehen. Und werden mal, ähm... Ähm... Doch die Ofenproduktion, glaube ich, anwerfen. Nur wegen T-Sicherheit. Und weil es ein paar Level gibt. So, hier... Ist nix drin. Da sind Stones drin. Da sind Stones drin. Da sind Stones drin. 28, 13, 16, eine. Okay, dann brauchen wir ein bisschen Kohle. Nee, hab ich nur Block of Coal. Die will ich nicht nehmen. 48, nehme ich den halben Stack mal. Koppel. Koppel. Ich glaube, ich habe auf Tasche. Ein. Zwo. Drei. Vier. So. Das da rein. Ähm... Das da rein. Den. Den. Und... Den. Äh... Clean Stone. Vier Stacks. Ist halt auch nur, damit das... Ups. Damit das genau aufgeht. Hallo. Jetzt. Zack. Und dann einmal Halbstufen gebaut. Flop. Äh... Flop. So. 60. Ah, ich glaube, 60 reicht sogar schon. Ups. So. So. Und es ist schon wieder Nacht. Werde das gedacht. Alter. Ich bin gleich für zwei Stunden angekommen. Ja. Ne? Zwei Stunden. Das ist ja immer so... Das Ende... Das... Das Ende einer Aufnahme-Session. Aber wenn ich das jetzt mal so genau überlege. Ich habe jetzt noch bis... Glaube ich... Bis Nikolaus habe ich, glaube ich, noch Folgen in die Hinterhand. Wenn ich denn jetzt nochmal acht Folgen dazu zähle, dann kommen wir auf den 14. nach meiner Rechnung, ne? Also hier Trivolo-Rechnung und so, ne? Aber es ist doch schon, ja, ne? Ja, ne. Ach, kommt. Pff. Soll reichen. So. Und dann kommen wir ja auch langsam zu... den Weihnachts-Specials. Soll ich mal lachen, oder was? Jetzt werde ich ein Weihnachts-Special machen. Weihnachts-Special und, äh... Was brauchen wir denn noch? Hier. Hm. Na, helfe mal. Silvester-Special. Also Jahresende-Special. Äh, Special-Special. Und so weiter, ne? Also, wirst du schon. Na, also... Ich bin so doof. Das ist unglaublich manchmal. Echt. So. Manchmal, glaube ich, echt. Ich bin ein Pflegefall und weiß das gar nicht. So. Okay. Und dann 1, 2, 3, 4. Und dann... Da. Da. Äh, so, 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 so. Da. 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 Äh, da. So, und dann setze ich hier nochmal überall eine Fackel drauf. Ich setze da nochmal einen drauf, wa? So, und so, und so, und, äh... So. Äh, ja, wie jetzt, äh? Ja, hier, äh, Zaun halt, ne? So, und, äh, den, und... So. Gut. Ah, verdammt. Ah, hier kommen wir noch hoch. Das ist hervorragend. Ja, und dann muss ich halt gucken, wie weit wir in die Richtung noch bauen müssen. Aber ansonsten... Ja, ich meine, mehr als drei Felder. Na doch, es waren vier vorher, kann das sein? Also, ich sag mal, rein vom Ding her... Rein von den Blöcken her, die jetzt bepflanzt werden... Sollte das doch eigentlich reichen. Denke ich mal. Oder? Doch, ich glaub schon. So, und ich muss auch mal wieder, wenn ich hier so den alten Erdblock mir so genau betrachte... Ich glaub, ich muss echt mal wieder Enderman, do not pick up Blocks rauskramen. Ach, verdammt. Hier muss ich ja wieder dann mit Wasser rumspielen. Äh, hatte ich hier eigentlich... Ich glaube nämlich nicht. Äh, da. Nein, hatte ich nicht. Okay. Knack. Dann, äh, machen wir das noch einmal so schnell. So. Äh, da. Na, und ich sag ja, das ist halt hauptsächlich der Symmetrie halber. Und das möchte ich auch hier beibehalten. Also, hier unten. So. Ja, dann... Denke ich mal, kann ich mit der Welt auch nochmal ein bisschen weiter herum experimentieren. Ob wir da im Keller vielleicht noch tiefer graben müssen. Oder... Weiß ich nicht, was. Also, tiefer, denke ich mal, müssen wir auf jeden Fall. Weil ich möchte das nicht wieder so eng haben. Wie beim letzten Mal. Ach, warte mal. Äh, Weizen. Karotten. Kartoffeln. Und das andere Zeugs. Nee, der muss hier ja... Ach, hier ist ja schon ein Ende. Hier muss ja ein ganz anderer Stein hin. Äh, hier muss ja der normale Stein schon hin. Ah, Fuh. So. So. Das einmal rausreißen. Und dann hatte ich das wie gebaut? Genau, ebenerdig. So. So habe ich das nämlich gebaut. Zack. Und zack. Äh, und dann hier. Äh, das Ganze nochmal. So. So, das einmal rausreißen. Und ich glaube, ich werde langsam redefaul. Kann das sein? Na, ich merke das gerade. Also, manchmal ist das auch schlimm dann so, wenn ich denn die, äh, Kurven sehe. Also, ähm, ja, nach jeder Aufnahme geht ja das Rendern los. So, und dann habe ich ja halt die, die Wellenformen vom gesprochenen Wort. Das klingt auch mal so geil. Vom gesprochenen Wort, ja. Vom geschriebenen wohl nicht. Muss man gerade gucken. Genau, hier muss nämlich überall einer weiter vor. Oh, der war ja falsch. Äh, so, den einmal da raus. Und dann den da mal rein. Und dann den da mal weg. Ja, und ich sehe dann halt immer, um das nochmal zu vertiefen gerade, ich sehe dann immer die Wellenformen und ich sehe dann immer ganz genau, wo langsam die Konzentrationen alle ist. Weil in dem Moment, wo die Konzentrationen nämlich alle geht, äh, alle ist, da habe ich keinen Ausschlag mehr. Also nicht mehr so richtig. Oh, das klingt auch wieder, da habe ich keinen Ausschlag. Ganz ehrlich, ich glaube, dieses Feld hier, das habe ich verkorkst und das wird noch richtig kacke. Obwohl? Ich weiß das nicht. Aber ich glaube, dieses Feld hier, das, das für den Kakao, für den Kakaokram, ich glaube, das wird richtig schlecht. Also das wird, wird noch ein bisschen Arbeit dann in Anspruch nehmen. So, Schüler, mal einmal, äh, Weizen, oh, Caps Lock, Captain Caps Lock is on board, Weizen. Und seine Crew spammt auch schon wieder. Ähm, Karotten. Ne, hier kommen hin, Karpoffeln, Semmelnknödeln. So, und hier kommt dann hin, Karotten. Und hier kommt dann hin, wie heißt denn das überhaupt, äh, Kakao. So, Bohnen, Kaffeebohnen, wenn mir ja lieber, aber naja, gut. So, und dann kann ich hier schon mal so und so machen. Und so und so und so und so. So, dalle, und dann bauen wir uns nochmal auf die Schnelle. Ich glaube, vier Fanskates. Ich glaube es. Ich weiß das nicht. Vier Stück, kann das sein? Habe ich vielleicht sogar noch. Kann das sein? 13 Stück, wow. Vier Stück brauche ich. Glaube ich. Denke ich. Mal gucken. So, die Schilder, die ich da eben gesetzt habe, die werden wir dann natürlich, wenn, wenn das Arbeit ist, werden wir die natürlich wieder abreißen. Müssen. Na, müssen nicht, aber da werden wir sie wieder abreißen. Ja, sau, wie blöd denn mit den Kisten und so und mit den Hoppern und so und, ähm, das stelle ich jetzt gerade fest. Drei hätte ich nur gebraucht. Na gut. Äh, sieht vielleicht ganz geckig aus, wenn das schon soweit fertig ist. So, der kann, der muss dann auch noch weg hier. Hm. So. Flopp, 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 flopp. Ja, ein Hintergrund, warum ich hier eigentlich das Ganze mache, ne, ist, ich habe ja mal in irgendwie einer der letzten Folgen irgendwann mal gesagt, wir haben schon sehr lange nix mehr am Haus und so getan. Und das wollte ich jetzt auch unbedingt mal wieder machen. Ich wollte hier unbedingt auf Teufel komm raus mal wieder eine Veränderung haben. Weil immer nur Dorf, 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 ist irgendwie doof, 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 doof. So, das sieht doch schon so aus, wie ich das haben möchte. Hier geht's mit dem Steinbeuder. So. So. Und so dann. So. Okay. Hier muss ich dann nur noch irgendwie, ja, den, den alten Wallhack von da hinten mal irgendwie weiterbauen. Das müssen wir dann ja auch noch machen. Und vor allem, was wir dann ganz wichtig machen müssen, wieder die Beleuchtung anbauen. Und, äh, den, äh, Weg. Ja, den Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Das sage ich so, wie es ist. Vor allem, ich muss hier extrem Terraforming machen. Aber das mache ich nicht mehr in dieser Aufnahmesession. Weil, dafür muss ich mir, glaube ich, erstmal echt viel Gesprächsstoff raussuchen. Oder, warte mal, das kriegt ihr ja nicht mehr mit. Ja, oder was heißt das denn? Das ist ja jetzt, das ist ja doof. Das wird ja jetzt keine Ankündigung in dem Sinne. Das ist ja auch wieder spruddelig. Das ist ja auch wieder blanker Ruhe. Ähm, ich habe gerade mal so drüber nachgedacht. Das hier, das abreißen da. Das wird wohl in einem Livestream kommen. Ähm, man könnte mal nicht eine Treppe hier so runterbauen, wenn man die bis hierhin baut. Bis hierhin. Das wird man dann hier. Ähm, erst mal weg. Das machen wir nochmal schnell. Dann hänge ich halt nochmal eine Folge hinten dran. Hör mal, so was halt hier irgendwie zwei Stunden, 15 Minuten. Dann habt ihr mal wieder was. Und ich denke mal, ich werde gleich mal wieder so einen kleinen Screenshot bei Dingens hochladen. Bei Facebook für euch. So, wenn ich mal wieder alles markiert habe. Oder mal wieder so einen Text dazu schreibe. So, krass. Wie lange der Kerl wieder aufgenommen hat, ey. Das ist unglaublich. Wie die Zeit rast. Das ist auch immer unglaublich. Also finde ich zumindest immer unglaublich. Denn es ist schon wieder neun Uhr morgens. Und ich bin voll im Eimer. So. Gib mir den Redstone, Alter. Bist du voll oder was? Her damit. Ich spinne ja wohl. So, ich reiße hier jetzt erstmal alles weg. So, dass ich erstmal hier was gerades runter habe. Ich weiß ja, hier soll die letzte Treppe sein. So. Und so.